Bei dem kürzlichen Sommerfest von Ein Herz für Kinder gab es überraschende Enthüllungen von Verona und Franjo Poth. Das langjährige Ehepaar Verona und Franjo, das seit 2004 verheiratet ist, sprach offen über das Thema Scheidung. Bisher galten sie als unzertrennlich, doch Verona und Franjo überraschten die Presse mit ihren Äußerungen. Auf die Frage eines RTL-Reporters, welche Themen besser nicht auf dem roten Teppich angesprochen werden sollten, antwortete Verona scherzhaft, unsere anstehende Scheidung? Darüber wollen wir nicht reden. Nicht hier auf dem Sommerfest. Doch es scheint, als sei diese Aussage eher humorvoll gemeint gewesen und nicht als ernsthafte Ankündigung einer Trennung. Um Missverständnissen vorzubeugen und sicherzustellen, dass die Presse den Scherz richtig interpretiert, küßte Verona kurzerhand ihren Ehemann und sagte, oh nein mein Schatz. Dieser liebevolle Moment verdeutlicht, dass Verona und Franjo auch nach mehr als zwei Jahrzehnten Beziehung noch immer glücklich miteinander sind und keine Trennung in Sicht ist.